Hallihallöle, hier ist wieder mal der Christoph. Heute beschäftige ich mich mal mit dem Thema Backup. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann wer damit. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, da gibt es da noch irgendwo so ein Glöckchen. So, das Video, das mache ich jetzt mal aus ein bisschen aktuellen Anlass, weil bei uns oder in meinen beiden Firmen stehen regelmäßig Leute in der Tür, die ihre Daten gerettet haben wollen, weil das Gerät defekt ist. So, nun ist das Problem, früher konnte man ja die Festplatte in der Regel noch relativ einfach ausbauen und vielleicht in eine Diagnosekonsole und mit einer Datenrettungssoftware meistens noch irgendwie auslesen. Heute haben wir das Problem, dass die meisten, zumindest diese super flachen Geräte, die SSDs verlötet haben. So, der Aufwand, da noch Daten runterzuretten, der ist wesentlich größer. Bei uns ist es schon seit Jahren üblich, dass wir an jeden Endkunden, auch an die privaten Endkunden, automatisch mit Auslieferung eines Rechners eine Backup-Lösung mit anbieten. Bei den Apple-Usern ist das in der Regel relativ einfach, zumindest wenn die nur eine Festplattensicherung machen wollen, auf eine externe Festplatte oder halt auf ein NAS, was Time Machine Backup unterstützt. Manko bei Time Machine ist, dass man natürlich kein Cloud Backup damit machen kann. Bei Windows-Rechnern ist es leider so, dass es seit Windows 7, alles was nach Windows 7 gekommen ist, keine integrierte, vernünftige Backup-Lösung mehr gibt. Früher gab es das Windows Backup-Sicherung oder wie das auch immer hieß. Unter Windows Server gibt es das noch. Es ist rudimentär in Windows 10 noch integriert, auch in Windows 11 ist das noch rudimentär integriert. Man kann auch ein Systemabbild damit erstellen. Ne Quatsch, das war jetzt das Falsche. Und zwar findet man das hier. Sichern und wiederherstellen. Und da kann man im Prinzip ein Systemabbild erstellen, einen Reparaturdatenträger erstellen und man kann auch eine Sicherung erstellen. Problem bei dieser Sache ist, also die, die das genutzt haben, gerade wenn man das ganze Betriebssystem wieder herstellen möchte, dass das gesicherte Medium dabei nicht vernünftig erkannt wird. Also dann wird es sehr, sehr anstrengend, da noch irgendwelche Daten rauszubekommen. Und man hat auch nicht die Möglichkeit, irgendwie einzelne Dateien aus dem Backup zurückzusichern, weil es fehlt halt einfach die Hälfte dabei. Es gibt dann auch die Möglichkeit, das über die Konsole zu machen, aber das ist ja für Otto normal viel zu kompliziert. Also fällt diese Lösung schon mal aus. So, dann gibt es ganz, ganz viele freie Backup-Softwares im Internet. Die meisten haben aber einen riesen Manko. Die sind sehr gut, um einzelne Dateien irgendwo hinzusichern oder zu replizieren oder was auch immer. Aber das Hauptproblem ist, man kann mit den meisten von denen nicht das komplette Betriebssystem wiederherstellen. So, wir empfehlen, also es gibt sicherlich noch eine Menge anderer, wir selber, wir empfehlen drei verschiedene Produkte. Die haben alle ihre, sage ich mal, Vor- und Nachteile. So, funktionstechnisch sind die alle eher im unteren Segment von Backup-Lösungen angesiedelt. Für den normalen Einzelnutzer reicht das völlig aus. So, die Produkte, das ist einmal Acronis, früher True Image und jetzt heißt das halt ein bisschen anders. Also Cyber Protect Home Office heißt das jetzt. Problem bei dieser Lösung, früher haben wir die sehr gern verkauft, wo das noch True Image war, da konnte man das kaufen und dann wurde das halt über die ganze Lebzeit des Rechners war die Software funktionsfähig. Jetzt gibt es das leider nur noch in einem Abo-Modell, und zwar kostet die 50 Euro im Jahr. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen überteuert. So, dann gibt es die zweite Variante, das ist Veeam Backup. Das ist eine kostenfreie Lösung. Die funktioniert auch sehr, sehr gut, aber das Mango, die hat halt keine vorgefertigten Ziele bei irgendwelchen Cloud-Anbietern bis auf OneDrive. Also das heißt, bei Microsoft ins OneDrive könnte man eine Sicherung ablegen, aber beispielsweise HighDrive oder Nextcloud oder irgendwas anderes ist da nicht standardmäßig integriert. Da muss man dann wahrscheinlich auch die höheren Lösungen nehmen. So, und der dritte im Bunde, das ist Ashampoo Backup. Das gibt es im Prinzip in zwei Varianten. Einmal in einem Abo-Modell, das heißt hier 16 Euro. Da muss man aber aufpassen, hier sind drei Geräte mit drin. Und einmal gibt es das Backup Pro für 50 Euro. Das ist dann auf die gesamte Zeit, also wie man es benutzt. Allerdings ist die Kaufvariante nur für ein Gerät. Das heißt, die Mietversion holt die Kaufversion in drei Jahren ein, aber man hat halt nur ein Gerät lizenziert und bei der Mietversion hat man drei Geräte lizenziert. Wenn man drei Geräte nimmt bei der Kaufversion, naja, dann braucht man mit der Mietversion ca. 10 Jahre, um den Kaufpreis einzuholen. Aber das muss jeder selber entscheiden. Wir werden uns heute das Backup Pro anschauen. Das Veeam Backup, das schauen wir uns dann im Zusammenhang mit einer Linux Installation mal an. Das Ashampoo Backup Pro, das gibt es leider nur für Windows. Das Veeam Backup, das gibt es für Mac, Linux und auch für Windows. Dann schauen wir uns mal das Ashampoo Backup näher an. Ich habe ja die Version 25, kann auch eine ältere sein. Das ist egal, also der Funktionsumfang ist relativ gleich. Das, was neu hinzugekommen ist, bei der 25 ist, dass man z.B. eine Einstellung tätig kann, dass z.B. eine geänderte Datei sofort gebackupt wird, sobald die geändert wird. So, wir schauen mal hier rechts ein bisschen rein. Da haben wir die Übersicht. Das ist diese Ansicht. Da sieht man halt Backup-Pläne, ob die Sicherung dann auch okay gelaufen ist oder ob es Probleme gegeben hat. Die zweite ist die Backup-Pläne, die man annimmt. Das heißt, man kann mehrere anlegen. Das heißt, hier ist jetzt angelegt eine Sicherung von diesem Rechner auf eine externe Festplatte. Man kann auch mehrere externe Festplatten da integrieren oder halt auch ein Cloud Backup in verschiedene Ziele. So, dann gibt es den Wiederherstellungsbutton. Da sehen wir jetzt das eine Backup, was da schon gelaufen ist. Das habe ich heute schon mal durchgeführt, was relativ groß ist. Oder wenn er es nicht kennt, dann muss man halt dann eine wählen. So, Backup einsehen natürlich. Welches Backup wollen wir denn einsehen? Berichte, was ist gelaufen? Backup und herunterfahren. Da kann man dann jetzt nochmal das anstoßen und dann läuft der Rechner halt runter hinterher. So, man kann Festplatten überprüfen, ob die überhaupt in Ordnung sind. Also die lokalen Festplatten sowie auch die Backup-Festplatten. Und dann gibt es noch den Punkt Rettungssystem. Das ist eine Sache, die empfehle ich jeden sofort, wenn man das Ding bekommt, zu erstellen. Das heißt, am besten so einen kleinen 2 GB USB-Stick. Der reicht aus in der Regel. Oder 4 GB. und dann erstellt das Ashampoo Backup einen Stick, mit dem man den Rechner dann im Fall des Falles wieder booten kann. Oder halt auf einem anderen Rechner, um das ganze System wieder herzustellen. Sollte man das nicht gemacht haben, dann muss man halt das Ashampoo Backup auf irgendeinem anderen Rechner mal installieren. Man kann die Software 30 Tage kostenlos nutzen. Das heißt, das reicht auf jeden Fall aus, um so einen Stick mal zu erstellen. Und damit kann man dann auch wieder auf dem zu rettenden System rangehen. So, Backup erstellen. Finden wir hier oben. Wie wir sehen, ich habe hier schon einen Backup-Plan erstellt, habe schon mal einen Backup durchgeführt. Ein Voll-Backup dauert bei mir natürlich mehrere Stunden mit der Größe. Wir legen jetzt mal einen Backup-Plan an. Jetzt sehen wir hier, sag ich mal, wir haben ja lokale Laufwerke oder Netzlaufwerke. Und dann haben wir ja verschiedene Dienste zur Verfügung. Auch On-Cloud, Nextcloud und WebDAV-Server. Hier bei diesen würde ich bei einem Voll-Backup immer ein bisschen vorsichtig sein. Das funktioniert in der Regel nicht zuverlässig, da auf der anderen Seite ein Web-Server ist. Und der Web-Server hat ganz oft Beschränkungen, was die Größen von Dateien angeht. Das heißt, bei Dokumenten und Musik-Files und Co. ist das in der Regel kein Problem, bei Bildern auch nicht. Aber bei Videos oder irgendwelchen Datenbanken oder irgendwelchen anderen größeren Sachen, da kann das hier dann schon Schwierigkeiten geben. So eine Pfeilsicherung, also reine Dateisicherung, die funktioniert damit. Wir nehmen hier oben jetzt unser lokales Laufwerk, gehen mal auf Weiter. Wir sehen, ich habe hier verschiedene Laufwerke. Das ist eine externe Backup-Festplatte. Einfach mal auf Weiter. Dann kann man einen Namen eingeben. Wir gehen jetzt einfach mal Test ein. Weiter. So, dann gibt es hier verschiedene Vorlagen. Ich würde immer empfehlen, das erste Backup, was man so einrichtet, dass das immer ein Voll-Backup ist. Das ist ja in der Regel die externe Festplatte, die man gelegentlich anschließt. Die Festplatte sollte natürlich nicht immer dran sein. Das heißt, wenn der Rechner kaputt geht, durch was auch immer, Überspannung oder keine Ahnung was, dann ist die Festplatte natürlich auch mit weg. Also es ist eine ganz dumme Angewohnheit, die Backup-Festplatte immer dran zu lassen. Am besten man richtet sich zwei ein, die man im Wechsel benutzt. Falls eine kaputt geht, dass man die andere noch hat. Auf die Dateisicherung gehen wir dann später nochmal ein. Geht es nochmal auf Weiter. Hier können wir jetzt auswählen, ganze Laufwerke oder ausgewählte Daten. Das ist dann im Prinzip das Ähnliche, was man dort in den Vorlagen hat. Nur, dass es hier von vornherein, dass man jedes Verzeichnis selber auswählt. Machen wir später. Das heißt, das wäre jetzt das Voll-Backup. Weiter. So, dann sehen wir die Tradition, die man alle sichern kann. Das ist mein C, das ist mein D, das ist mein E. So, das ist so eine temporäre Festplatte, die benutze ich nur zum Zwischenspeichern. Also da ist jetzt nichts Wichtiges drauf. Und das sind dann immer so ein bisschen irritierende Sachen. Die sollte man aber immer mitnehmen. Man muss natürlich dann aufpassen, wenn man jetzt zum Beispiel diese Festplatte in dem Beispiel hier sichert, die könnte auch noch versteckte Partitionen aufhaben. Wie kriegt man das raus? Welche Platte ist das? Indem man einfach mal hier unten Computerverwaltung eingibt. Jetzt man die öffnet. Ich habe das hier schon geöffnet. Und in der Computerverwaltung gibt es hier die Datenträgerverwaltung. Und das, was hier als versteckte Festplatte 2 zum Beispiel ist, das ist dann hier der Datenträger 2. Also nicht irritieren lassen. Es gibt Datenträger 0, 1, 2. Aber das ist sozusagen die Festplatte 2. Und hier sehen wir, hier gibt es die EFI Partition und noch eine Systemwiederherstellungspartition, die von Windows bei der Installation in Regel automatisch angelegt werden. So, das sind diese zwei versteckten Partitionen. Dann gehen wir einfach mal weiter. So, wenn man ein Online Backup macht, dann sollte man das Backup immer verschlüsseln. Jetzt lokal mache ich das nicht, aber wenn ich das online mache, dann immer. So, dann muss man hier ein Passwort vergeben. Das Passwort ist eine ganz heikle Sache. Viele, die das dann wirklich mal benötigen, das Backup, und nach drei oder vier Jahren nicht mehr wissen, welches Passwort sie da vergeben haben. Also, das Passwort sollte man sich wirklich irgendwo sicher ablegen, wo man auch sich daran erinnern kann, dass es dort ist. Oder man weiß das Passwort einfach grundsätzlich aus dem Kopf. Das Backup ist im Prinzip wertlos, wenn man das Passwort vergessen hat. Wir machen jetzt mal Backup nicht verschlüsseln. Einfach weiter. Backup komprimieren. Weniger Speicherplatz. Schnellere Sicherung würde ich immer nehmen. Backups nicht komprimieren. Ja, dann kann man diese Backup-Dateien auch teilweise mit anderen Softwares öffnen. Also nicht jede Software, die irgendwelche virtuellen Datenträger unterstützt, unterstützt die Komprimierung. Dann einfach mal weiter. So, hier kann man jetzt auswählen, wie viel Sicherungen sollen denn rückwirkend gespeichert werden. Das liegt immer ein bisschen daran, wie viel Speicherplatz man auf der Backup-Festplatz zur Verfügung hat und wie viel Neudaten da so pro Sicherungsintervall dazukommen. So, da gibt es hier zwei Punkte. Das ist, dass man regelmäßig neues Vollbackup erstellt. Dann braucht man natürlich auch erst mal mindestens das Doppelte an Speicherplatz. Nur um diese zwei oder drei oder vier Vollsicherungen. Also für jede Vollsicherung braucht man im Prinzip einmal den kompletten Speicherplatz, der das Backup braucht. In der Regel sollte man das hier benutzen. Also man macht ein Vollbackup und dann kümmert sich die Software darum, dass sozusagen die richtigen Dateien immer zur Verfügung sind. Das heißt, wenn man jetzt hier schaut, das ist unwesentlich. Da kann man relativ viele Versionen machen. Das ist unwesentlich, was am Speicherplatz mehr Verbrauch da dazukommen. Wenn man jetzt nicht täglich die Sicherung macht, dann sollten dann so 30 reichen. Wenn man jetzt täglich die Sicherung macht, dann würde ich schon schauen, dass man da vielleicht auf 180 hochtritt, dass man so ein halbes Jahr hat. Wenn man jetzt hier die regelmäßigen Vollbackups macht, kann man hier das Intervall, also wann. Das heißt, wenn wir sagen jetzt hier alle 15, dann sehen wir hier schon, dass das 3,5 bis 4,7 Terabyte in Anspruch nehmen kann. In meinem Fall wären das dann wahrscheinlich eher reichlich 4 Terabyte, weil die letzte Versicherung, die ich gemacht habe, das waren 2,6 Terabyte. Die machen wir hier. Weiter. Ja. So, jetzt gibt es hier, kann man einen Backup-Zeitplan erstellen und dazu kann man auch noch einen Plug-and-Play Backup machen. Das Plug-and-Play Backup heißt so viel, sobald man die Festplatte ansteckt, läuft das Backup los. Wenn man jetzt den Backup-Zeitplan nur nimmt und weiter geht, dann kann man hier einstellen, welche Uhrzeit. Also das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel früh um 8 machen. Weiter. So, dann gibt es den Punkt, falls früh um 8 die Backup-Festplatte noch nicht dran war, dann wird das Backup durchgeführt, sobald die Platte angesteckt wird. Also bei der nächsten Gelegenheit Backup machen oder verpasste Sicherungen überspringen. Dann würde der natürlich kein Backup machen, müsste man es vielleicht manuell anstoßen. Aber ich würde das immer so machen. Was zu beachten ist, natürlich nicht während des Backups einfach die Platte abziehen. Also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. So, wenn man das jetzt manuell gestartet hat, das Backup, dann kann man ja noch die Option sagen, okay, automatisch nach dem Backup herunterfahren, weil man es vielleicht abends als letztes macht, dann lässt man es durchlaufen und sobald das Backup erledigt ist, wird sozusagen der Rechner runtergefahren. Weiter. So, dann kann man nur das Backup erstellen oder automatisch überprüfen. Dieses automatisch überprüfen, das würde ich bei größeren Datensicherungen eher nicht einschalten, weil die Zeit, die Software braucht, um das Backup abzuschließen, die wird wesentlich größer. Weiter. Berichte. Das heißt, er löscht dann halt irgendwann, was beim Backup passiert ist. Weiter. So, jetzt könnte man noch einen Bericht zurückschicken lassen. Braucht man eigentlich nicht, weil man kann ja diese Benachrichtigung aktivieren, werden, dass das Backup erfolgreich ist. Wenn das jetzt ein nicht überwachter Rechner ist, also wo man nicht immer davor sitzt, dann kann man sich das hier einschalten. Die haben das hier relativ einfach gemacht, indem man einfach die E-Mail-Adresse und das Passwort, mit dem man sich bei Ashampo registriert hat, eingeben kann. Dann läuft diese Benachrichtigung über deren Server. Finde ich nicht ganz okay, dass es hier nicht die Möglichkeit gibt, auch das über einen eigenen Server zu machen. Aber es soll halt einfach sein für den einfachen Nutzer. Weiter. Jetzt kann man Backup Benachrichtigung ein. Also das heißt, es wird halt immer benachrichtigt, ob erfolgreich oder nicht erfolgreich ist oder nur bei Fehler oder halt keine. Also das muss dann jeder selber wissen. Das kann man auch im Nachgang noch konfigurieren. Weiter. Nochmal die Zusammenfassung. Fertigstellen. Ja. Backup Zeitplan erstellt. Jetzt ist das hier das neue Backup. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Dauert auf dem Rechner unglaublich lang. Das war jetzt sozusagen die erste Methode fürs Backup. Und die zweite, wenn man jetzt sagt, okay, lokal habe ich so eine Brandsicherung mit so einer Festplatte, die ich dann nur gelegentlich mal dran mache, also vielleicht alle paar Wochen, dann sollte man ja vielleicht nochmal für die wichtigen Daten eine separate Sicherung haben, die jeden Tag vielleicht in die Cloud läuft. Das heißt, die Komplettsicherung, die ist dann vielleicht ein Terabyte. Und die reinen Daten, die jetzt wichtig sind, das sind vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, 50 Gigabyte. Die lassen sich ja locker fast mit jedem Cloud-Speicher irgendwie sichern. Na, das lege ich hier einfach mal an. Wir machen jetzt in dem Fall auch wieder das lokale Laufwerk. Also das kann jetzt, könnte jetzt jedes von diesen sein. So, wir machen es lokal. Ich mache jetzt nur mal ein Beispiel. Backup Laufwerk ist wieder mein Set. Test 2. Weiter. So, und jetzt kann man hier zum Beispiel solche Vorlagen auswählen. Zum Beispiel tägliche Sicherung ausgewählter Dateien und Ordnern oder nur die Bilder oder nur die Dokumente oder nur Office Dateien. Eine einmalige Sicherung des Systems könnte man jetzt machen oder welche. Das sind so Vorlagen. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, wir nehmen jetzt mal den. Weiter. Ja, und dann hat man hier im Prinzip schon so eine Vorauswahl. Bilder, Dokumente, Musik, Videos, Downloads. Ja, muss man nicht unbedingt mitmachen. Muss man ein bisschen aufpassen. Also bei mir würde das jetzt kein sinnvolles Szenario sein, weil diese Ordner, die sind bei mir eigentlich nur temporäre Zwischenspeicher für irgendwelchen Krempel. Die richtigen Daten lege ich ja hier auf meine weiteren Platten ab. Also das heißt, das wäre in meinem Fall nichts. Die meisten werden wahrscheinlich dann diese Ordner auch wirklich benutzen. Man kann hier natürlich auch manuelle Ordner auswählen machen. Das heißt, wir können ja jetzt mal einen Ordner hinzufügen. Ich nehme jetzt mal einfach meinen Download oder Dokumente Ordner. Man sieht jetzt nur Krempel drin. So, öffnen. Okay. Ich möchte jetzt nicht mehr machen. Ich will jetzt bloß mal kurz zeigen, wie es funktioniert. Weiter. Backup nicht verschlüsseln. Weiter. Hier kann man jetzt auswählen nur per Zeitplan oder Echtzeit Backup. Das Echtzeit Backup bedeutet, dass im Prinzip sobald die Datei gespeichert wird, im selben Moment wird die auch gesichert. Ja, kann in bestimmten Szenarien, wo die Dateien sehr wichtig und sehr heikel sind, eine gute Methode sein. Man muss aber dazu sagen, dass im Hintergrund halt immer das A-Shampoo auch auf dem System dann rumleiert. So weiter. Fertigstellen. So, jetzt, weil das ja ein relativ kleiner Ordner ist, tue ich jetzt mal das Backup einfach durchführen. Und es läuft. Da sind wir fertig. Dann gehen wir gleich mal auf die Wiederherstellung zurück. Es gibt ja jetzt verschiedene Wiederherstellungsmethoden. Das heißt, einmal der Rechner ist komplett kaputt gegangen. Dann muss man sozusagen hier mit dem hier erstellten Rettungssystem, also das sollte jeder als allererstes machen, wenn er das erste Backup einrichtet, sich irgendwie einen USB-Stick zu machen, falls man es mal vergessen hat. Man kann im Prinzip auf dem anderen Rechner das A-Shampoo einfach installieren. Man kann das ja 30 Tage kostenfrei nutzen und erstellt halt dort. Oder man hat sogar zwei oder drei Rechner mit dem A-Shampoo. Da kann man dann auf einem anderen Rechner den USB-Stick erstellen und kann dann auf dem kaputten Rechner sozusagen das zum Booten benutzen. Damit kann man sozusagen das ganze System wiederherstellen. Das zeige ich jetzt nicht. Würde es jetzt alles verlängern. Falls der Wunsch ist, mache ich dann nochmal ein extra Video dazu, wie man ein ganzes System wiederherstellt. Also wiederherstellen. Wir gehen jetzt erstmal auf diese dateibasierte Rücksicherung, weil das wahrscheinlich am häufigsten verwendete Variante ist. Das heißt, hier haben wir die im System bekannten Backups. Wenn das Backup jetzt nicht bekannt ist, dann muss man sich das hier dann auswählen. Also das heißt sozusagen das Backup-Ziel erstmal connecten. Wir haben ja jetzt unsere Sicherungen. Wir nehmen jetzt mal die Test, gehen hier auf Weiter und jetzt sehen wir hier, haben wir im Prinzip unseren Dokumente-Ordner. Gut, wir haben jetzt alles mitgenommen, weil ich es dort vorher angeklickt hatte. Hier kann man das Datum und die Zeit auswählen. Im Prinzip sieht man hier jetzt nicht ganz genau, welches Backup das ist. Das heißt, wenn man jetzt auswäsen hier hinten gehen würde, dann würde der das nächste Backup, was sozusagen dann nach diesem Zeitraum geschehen ist, würde der nehmen und damit man dort reinschauen kann. Das heißt, wenn man jetzt weiß, das ist jetzt zwei Jahre lang gelaufen, das Backup und man hat sozusagen eine Datei vor einem Jahr das letzte Mal bearbeitet und man hat den Zeitraum, wo er sich das behalten kann oder soll, so groß gewählt, dass man das eine Jahr noch drin hat. Dann kann man halt wirklich hier zurückgehen in Juli 2023, mach das hier und dann ist das Backup vielleicht am 15. gelaufen. Dann würde man hier unten auch dann vom 15. die Dokumente sehen, also die zu dem Zeitpunkt vorhanden waren. Also die Wiederherstellung geht ganz einfach. Das heißt, man kann ja jetzt einen ganzen Ordner nehmen oder wir sagen, wir wollen jetzt nur einen Ordner haben, also oder eine Datei haben. Das heißt, ich könnte jetzt hier mal reingehen, Setup Photoshop, Projekts, ja, und ich sage, ich will jetzt die neue Homepage komplett haben. Weiter. So, dann kann man auswählen, wohin. Ich lasse das jetzt mal auf C. Weiter. Weiter. So, jetzt kann man den Ordner öffnen, wo er es gesichert hat. Und jetzt sieht man das, dass er hier am 18.02.2024 wieder hergestellt. Und er stellt halt die Struktur und die von mir aus gewählten Ordner wieder her. Ist dann sozusagen alles drin, was da rein gehört. So, und die zweite Variante ist, ganze Datenträger wieder herzustellen. Das können wir jetzt hier machen. So, jetzt sehen wir, hier könnten wir jetzt auch einzelne Dateien oder Ordner rausholen. Also das heißt, auch aus dem Vollbackup kann man diese Art Wiederherstellung, die ich gerade gezeigt habe, machen. Man kann aber jetzt ganze Laufwerke und Partitionen wiederherstellen und komplette Festplatten. Welche von diesen beiden Varianten man jetzt benutzt, wenn man jetzt was gecrasht hat, muss man dann entscheiden. Es kann ja sein, dass jetzt zum Beispiel nur eine Datenplatte kaputt gegangen ist. Dann muss man nicht unbedingt komplette Festplatte wiederherstellen, weil das vielleicht so eine 4TB-Platte war, die partitioniert war und mehrere Partitionen sind, sondern man will nur ein bestimmtes Laufwerk wiederherstellen. Das ist ja alles eine Frage der Zeit am Ende. Bei beiden Varianten muss man darauf achten, die Festplatte sollte mindestens so groß sein wie die ursprüngliche Platte bei Wiederherstellen. Und hier bei den Partitionswiederherstellungen muss natürlich die Festplatte mindestens so groß sein wie alle Partitionen, die man wiederherstellen will, zusammen. Beziehungsweise wenn das jetzt mehrere Platten gewesen sind, wie in meinem Fall, wenn man das jetzt versucht, alle Partitionen auf eine Festplatte zu bringen, dann braucht man natürlich den entsprechend großen Festplatten. Das heißt, es waren jetzt drei 1TB-Platten. Ja, dann sollte man ja vielleicht mindestens eine 4TB-Platte reinstecken, um alle Partitionen auf dieselbe Platte wiederherzustellen. Aber ich denke, Prinzip erkannt. Zeige ich jetzt natürlich nicht, weil ich keine großartige Wiederherstellung hier machen will. Hier das gleiche. Wir sehen das Datum. Also ich habe jetzt zwei Sicherungen von meinem System gemacht hier mit dem Ashampoo. Und jetzt kann man hier auswählen, welches Laufwerk man auf welche Festplatte wiederherstellen will. Ich habe jetzt relativ viel hier drin. Jetzt sage ich, okay, ich würde jetzt mein Laufwerk CE wiederherstellen wollen. Dann ziehe ich das hier rüber. Ja, kann ich jetzt nicht, weil es aktives Betriebssystem ist. Mit der Boot-CD oder mit dem Boot-USB-Stick würde das dann gehen. Aber ich kann ja jetzt hier zum Beispiel Speed auf Speed machen. Und jetzt würde im Prinzip das Backup, was ich hier drüben habe, würde jetzt hier drauf laufen. Partitionsmanager gibt es auch noch. Da kann man noch die Partition dann ein bisschen konfigurieren. So weiter. Ja, ich will das jetzt natürlich nicht aushören. Aber grundsätzlich Prinzip erkannt, denke ich. Wenn ich mal in einem Video eine komplette Systemwiederherstellung zeigen soll, dann würde ich das entsprechend vorbereiten, falls der Wunsch besteht. Einfach in die Kommentare unten schreiben. Ansonsten denke ich immer durch. Wie gesagt, das Veeam zeige ich dann noch mal im Zusammenhang mit einer Debian oder Linux Mint Installation, weil das Ashampo läuft ja natürlich auf Windows. Nachteil bei Veeam ist natürlich, dass man nicht so viele vorgefertigte Ziele da hat. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, liken. Wenn ihr noch kein Abo habt, bitte ein Abo hinterlassen. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, das Glöckchen. Das könnt ihr da euch entsprechend einstellen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Start in die neue Woche. Tschüss, euer Christoph.